hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play the walking dead a new frontier episode 4 und wir gehen weiter im text baseballschläger gezückt und ihnen nach trip eleanor hey clementine klem oh ja oh toll nimm nicht das liebesgeschenk von ihm an blöde kuh das ist so niedlich tschuldigung clementine es tut mir so leid okay clementine clementine ja If they like me, that has to help somehow. Just cause they like you, doesn't mean they're gonna like the rest of us. We're sitting ducks up here. Hey, we can do this. Yeah. We've gotten out of tougher jams before, haven't we? I mean, sure. But this is different. We can't just cut and run. Not with the herd out there. Like it or not, we're fucking stuck in Richmond. Now how the fuck are we gonna put the brakes on this thing? Joan and her people are going to be at the square, right? We need to bring the fight to them. We go after Joan, our problems are solved. Great. So, how do we do that? Good question. That's a good question. Joan will probably have a full security detail with her. If there are good people left in Richmond who are against what Joan's doing, we need to ask for their help. If we can talk to the people at the trial, present the case to everyone in Richmond, we might not have to do this on our own. We light the match, the people do the rest. After we take Joan out, we're gonna need some way out of this. Now, I don't know about the rest of you, but I'm not much of a runner. We've got a truck. A big one that we used to use for walker defense. It's a little busted up, but it's way better than nothing. People are gonna be patrolling these streets looking for us. How far away is this truck? I'll show you. We've been expanding, pushing out further, making the safe zone even bigger. Can't promise you they've cleared all the walkers yet, but that's where the truck's parked. I could spit and hit it. We steal that thing? Nothing will be able to stop us. Yay! Steal what? Nothing's gonna stop us now. Jesus, Javi. Is that blood on your shirt? You said it wasn't that bad. It isn't. You're bleeding right through that bandage. You should have told me as soon as you got in. It's not possible. It's just blood a lot. Besides, it's already taken care of. Klemme it in. Hey. You still didn't answer my question. What happened? He got stabbed, okay? By one of the guards. Thought you knew what you were doing. You're still alive, aren't you? Eleanor, can you take a look at this? As long as he keeps it clean, it should be okay. Would you guys stop making such a big deal about it? It happened. It's over. Move on already. I'm just trying to make sure he's okay, Gabe. What we need to be talking about is the plan. Oh, I have a bunch of ideas. I want to be the one to go after Dad. Just give me a gun and I'll do whatever. I know the town. I know what Dad's gonna be thinking. It's not a bad place to start. And it's good. You want to help. Ja, wir fangen mit dem Positiven an. Aber der Rest, den du gerade gesagt hast, ist einfach nur scheiße. And not that I don't appreciate the can-do attitude, but I don't know if you're invited, little man. I think I agree with Trip. Oh, this is bullshit. I'm not staying behind. Gabe, take care. Take a breath. He's my dad. I'm going. It's going to be dangerous out there. And I don't want anyone else getting hurt. If we get to save Dad, then getting hurt is worth it. It's worth dying for. This is more important to me than anyone else. I've got a gun, and I know how to use it. No way anybody is dying. Not today. That's why we have to take the time to talk it through. So everybody comes out okay. Yeah, good now. Nobody here is going to let you be a martyr, Gabe. Your life is precious. Ich ist mal Gabe. Ich kann dir gleich mal in die klatschen. Oh, fuck. Oh, fuck. Können wir den Bengel mal schnell kaputt hauen? What the fuck did you do that for? You looked me in the eyes, man. You weren't there. Okay? You don't know what went down in that tunnel. Exactly. You killed the one guy who's sign of it I want to hear. And then you both covered for him. It was a shitty situation. Okay? Oh, I bet it was. Looks like you're a pretty fucking dangerous person to be around, Javi. First you kill my friend, then you get me and my friends on Joan's shit list? I think you need to give us some space, Javi. Fuck that. I don't want to see you ever again. Or maybe I'd be better off with Joan. At least I know she wants to stab me in the back. You get the fuck out and you stay gone, or I can't be held accountable. You feel me? We could take care of ourselves. I'm sorry it happened the way it did. Really. Conrad wasn't a bad guy. The situation was just... Just fucked. Irgendwie probier ich, äh... Irgendwie probier ich ein bisschen die ganze Zeit everybody's darling zu sein. Kann das sein? Ach, Mensch. Aber ich würde die alle niederschießen, wenn es um Clemmy geht. Das ist wichtig, glaube ich. Na, außer wahrscheinlich die Familie. Die nicht. Nee, die nicht. Aber den Rest... Oh, ja. Ne? Pack Clemmy ein und du... Äh, an und du hast... Probleme, ne? Ach, scheiße, Leute. Und Gabe, den schubsen wir in die nächste Herde rein. Draußen vor der Tür ist doch eine. Können wir aber gleich loslegen. Ich finde immer diese Übersetzung sehr interessant. Ja, pass mal auf, jetzt kriegt der Bengel die Antwort seines Lebens. Kann ich ihm eine Ohrfeige geben? Bitte. Alter, Clemm! Du untergräbst hier meine Autorität? Eigentlich wollte ich den Bengel ja verprügeln, aber... Ja, gut, verdammte Scheiße. Ja, wenn die Dame ihm das sagt, ist das natürlich was anderes, ne? Und mit Dame meine ich Clemmetal. Okay. Wir gucken uns das mal an. Oder können wir mit Gabe schon quatschen? Der hat sie in die Fresse zum Mann? Ja. Nö. Vergiss es. Dich schubsen wir vor die nächste Bahnkante. So, den strafen wir jetzt erstmal mit Missachtung. So. Wo ist meine Clemm? Wo ist meine kleine Clemm? Hä? Oh, da ist Clemm. Okay. So, dann gucken wir uns das da hinten mal an. Clemm. Ja. Hey, da sind Walker. Jetzt funkel, funkel mit der Taschenlampe. Funkel, funkel. Ja, toll, HW. Javier. Clemmi. Ach komm, wir quatschen zuerst mit Clemm. Hey, Clemm. Oh, na. Ich hab dich so lieb. Was? Ja, sie ist so süß. Sie ist süß. Ich bin Clemm mit deinen Anhängerin schon seit der ersten Stunde. Achso, danach guckt er nur. Okay. Aber ich willst den geilen Bagger haben, ihr Benner. Clemm, können wir noch mal mit ihr reden? Clemmi. Warum kneift ihr die Augen immer so zusammen, wenn ihr mit uns redet? Was soll denn das? So. Okay. Mit Shift gedrückt können wir, glaube ich, ein bisschen schneller laufen. Boah. Okay, kann man hier irgendwie... Genau, hier konnte man ja so, da, so lang und so. Warte mal. Das ist sicherlich der Truck, um den es da geht. Aber ich kann hier nicht weiter lang gehen, oder? Okay. Oh Gott, Typ scheiße. Achso, okay, dann ist das nicht der Truck. Da hat diese Ava uns ja mal voll verdun gelogen, ne? Von wegen hier irgendwie... Hallo? Von wegen hier irgendwie so mit... Ja, ja, ne? Und dann... Da ist der Truck und dann könnt ihr da total glücklich mit leben und so. Verarschen kann ich mich alleine, Ava. Verarschen kann ich mich alleine. So, wir gucken uns mal den Gabelstapler an. Hallo. Äh, aber es ist total offen. Äh, aber es ist total offen. Ja, kommt ruhig rein. Ja, kommt ruhig rein. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Aber okay, machen wir das doch genauso. Kate, bitte vergiss nicht, die Handbremse vorher zu lösen, ne? Das weiß Kate... Äh, Kate doch hoffentlich, ja? Und ich muss... Ich wollte gerade sagen, ich muss sicherlich Kuh drücken. Kuh. 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 Ist ja nicht so, dass die das bemerken. Nein, nein. Ach, Quatsch. Boah, hör auf zu heulen. Ja, komm, wir bestätigen den Bengel, weil der ist ja noch jung und bla 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 bla. Höhöhöhöhöh. Ach, und das kann der? Ähm... Okay, Leute, jetzt kriegen wir alle so ein Backup in Sachen, wie ich ein Auto kurz schließe. Kann ich ehrlich gesagt nicht, aber... Na ja. Das geht ja anscheinend mit diesen Ami-Karren. Geht das ja alle Nase lang, ne? In Filmen zeigt man das ja immer wieder. Wir brauchen... Wir brauchen keinen Hammer. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wir brauchen, wenn, dann so eine Zange? Lol. Abgebrüht. Behalten wir besser beides. Ach so, das müssen wir auch mit dem Hammer tatsächlich machen. Aha, okay. Das macht total viel Sinn. Ja, und jetzt müssen wir Kabel verbinden spielen. Die Batterie mit der Zündung. So. Okay, dann muss man doch jetzt die beiden verbinden, oder? Okay, das ist schon mal... Oh, shit. Oh, scheiße. Okay. Ähm, ich hab nichts gemacht. Warum macht er das denn? Oh, shit. Fuck! Ah! Knips! Runter! Ja, ich mach ja. Ach, scheiße. So. Kuh. 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 Alles einsteigen. Es geht los. Warum steht denn überhaupt Kate so rum? Oh, f... Oh, f... Fuck! Oh, fuck! Die Stadt ist ein paar Blöcke entfernt. Das ist ein guter Ort zu warten. Wir haben genug Gas? Ich werde nicht die Entfernung wieder öffnen. Was jetzt? Das ist ein guter Ort. Was ist die Karte? Was ist die Karte? Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Hey, das ist voll die Anspielung! Da hat sie tatsächlich leid. Äh, recht. What the fuck? Ähm, beneide sie, ja. No. Oh, ich bin voll der Schleimann, ne? Heieiei. Heieiei, having you there with me, right by my side, all this time. That's what made the difference. You're so sure of what you're doing all this for. You didn't run away. You could have. I think that's just, you know, who I am, you know? Who I am now, at least. I get it. There's no graceful way to say this, so I'm just gonna say it. Oh. I know we've had moments, you and I. And they're always a little hot and a little confusing. And maybe some of them haven't meant anything at all. But before whatever happens tomorrow happens, I need you to know, whatever this thing is between us, I want to give it a chance. And I know the fact that David is back in our lives now, makes this whole thing a little more complicated. But do you feel the same way? I'd really like to know. Let's go for it. We got to try. Ach, komm. Als ob sich das nicht angebahnt hat. Yay! Ah. Sie wird sterben. Yay! Oh. Ach. Den erschießen wir einfach. Ja, das wäre angemessen. Oh, okay. Scheiße. Aber wir hatten doch gerade unseren romantischen Moment. Was soll denn das jetzt? So eine Scheiße. Naja, gut. Oh, Entschuldigung. Also nie. Was? Oh, gab's noch einen Bussel. Ach, die wollen einen Vater hinhängen. Wey, los Kinder, lasst uns gehen. Es wird total lustig. Ja, klemm hinter einen. Pssst, magst du keine Überraschungen oder was? Ja. 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 Alle anderen schießen wir einfach weg. Das war kein Thema. So, und jetzt kommt ein Ladebildschirm. Jawohl. Und wir beenden dann jetzt auch wieder mal den Part. Oh mein Gott. Und zwar, wenn der Bildschirm umschlägt zu einem Bild. Denn wir haben mal wieder die Zeit erreicht für heute. Yay. Und damit, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.